Hallo Leute, Sheep and Black hier und wir sind mal wieder bei Skyblock mit dem Thomas hier und wir haben ein bisschen offscreen Kobbel gefarmt, ein bisschen, für unsere Monsterfalle, die wir jetzt bauen werden, in den nächsten paar Folgen, weil ich denke nicht, dass wir das in eine Folge fertig kriegen, in zwei denke ich, dafür müssen wir jetzt erstmal das da hinten abbauen, beziehungsweise sprengen, lass mit Creeper in die Luft sprengen. Nein, lass doch Fackeln abbauen, Dennis. Ja, das könnten wir natürlich auch. Haja! Ich hab da einen Spitzsack. Das könnten wir natürlich auch machen. Ja genau, ich bin runtergefahren. Warum denn? Oh, Majo Unge. Du, Majo Unge. Ich hab da nichts Wichtiges für euer Ring. Joaunge. Haben ja genug Kuppe. Au, au, au. Alter, ganz ehrlich, ich kann den Zombie grad nicht hitten. Egal, ich hab ein Eisen, ich hab ein Eisen. Der Zombie hat ein Eisenwaren gedroppt. Wir haben zwei Eisen. Wir haben zwei Eisen jetzt. Na, jetzt könnten wir uns ne Schere craften. Für... Nix. Wir sparen auf drei oder so, oder falls halt... Weiß, wir kriegen irgendwann hier im Survival natürlich ne Eisenrüstung zusammen, ne? Ist klar. Ja, einmal dann irgendwann. Im Zweiten. Ja, zweiter Eimer und dann ne komplette Eisenrüstung. Boah, da spawnt noch Zeug. Thomas. Ja komm, ich baue's ab, Alter. Ja, ich auch. Ich bin runtergefallen. One hit und dann down. Sehr schön. Ich geh da jetzt einfach... Ne, ich brauche ne Spitzhacken. Zwei Knochen. Ja. Ich baue noch ein paar Spitzhacken. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich schon den ganzen Koppel für Spitzhacken, dürfen da nochmal neu farben. Soll ich's neu machen? Ähm, ja, kann's abbauen. Ja, aber wir haben, wie gesagt, Leute, das halt auf Screen gefarmt, denn ich mein, das wär jetzt ein bisschen lame gewesen, das aufzunehmen und dann das als Folge zu verkaufen. Lol, warst denn du die... die... Spitzhacken? Die hast du verbraucht. Ich hab mir nur eine genommen, ich hab jetzt neue gemacht. Ich hätte mir nur eine genommen gehabt. Jetzt können wir abbauen. Ja, genau. Was denn? Ich baue das erstmal ab. Nein, ja, Kartoffel, Kartoffel, wir haben ne Kartoffel. Jawohl. Sehr schön. Das ist ja fast so wie bei, äh, Survivor Series, ne? Ja. Bei der Minecraft Season 7. Äh, äh, Season 7. Ähm, musst du nochmal alles abbauen? Äh, bis auf den Boden, ja. Okay. Aha, fuck. War ja, wie gesagt, erstmal provisorisch halt für den Anfang. Damit wir da erstmal hier halt einen Anfang haben. Wow. Das war bester Satz. Wieso hab ich als FPS Einbrüche? Das gibt's doch gar nicht. Hast du auch FPS Einbrüche? Nö, und wenn dann ist es nicht so schlimm. Ja, schon, aber hast du welche? Warte, ich guck. Nein. Aber mir droppt jetzt einfach auf 3, 4, 6. Ich weiß, wann das liegen könnte. Hm? Ich glaub, mein Ordnungsform. Weiß euch mein? Ja. Da dran kann es natürlich liegen. Äh, ich weiß jetzt nicht. Ne, jetzt hab ich wieder normal. Vielleicht liegt es trotzdem im Ordner. Keine Ahnung. Weil ich dürfte eigentlich nicht mehr so viel frei haben. Wow. Gut, dass ich die ganze Zeit crouche. Äh, Alter. Alter. Ich würd sagen, ich beende die Aufnahme. Und, äh, wir sehen uns dann wieder, wenn das hier abgebaut ist erstmal. Und wenn ich bessere FPS hab. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben es jetzt abgebaut und meine FPS laufen wieder flüssig. Es lag wohl daran, dass mein Ordner so ein bisschen voll war. 500 GB. Äh, 500 GB. Ja. Und ich würde jetzt sagen, äh, fangen wir mal an mit Bauen, gell? Ja, können wir machen. Äh, so. Am besten nimmst du, nehm ich mir mal so ein paar Stacks mit. So. Und den Eimer. Wie geht, der fällt jetzt runter. Wenn ich cheat mir uns neun. Weil ganz ehrlich, ich hab keine Lust mehr. Flick das mal bitte dann. Da kommen keine... Wieso hast du da Treppen hingesetzt? Dumm oder so? Uuuuups. Egal. Wir haben genug Holz. Kannst dann nachkommen. Oh. Wuh. Oh meint. Leute, ihr müsst ganz kurz warten. Ich setz hier nochmal kurz einen Cut. Ich muss nachdenken, wie hoch ich bauen muss. Wie viele Blöcke. Nach oben, weißt du? Du bist ein Held. Ach, deine Mutter. So, dann sind wir auch schon wieder nach dem Cut. Thomas holt da gerade die Bäume. Wie viele Blöcke bin ich nach oben? Fünf bis jetzt, oder? Guck mal. Ja, warte, ich komm. Fünf, oder? Ja, denk schon. Okay, ich muss drei Zeichen oben. Sechs, sieben, acht, nein, zielf, Mitze, zölf, mitzehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, sechzehn, achtehn, nein, zielf, mitzehn, 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 zielf, mitzeh, mitzehn, zielf, mitzehn, zielf, mitzehn, zielf. So, jetzt dürften ja 23 Blöcke nach unten fallen, ne? Wenn ich jetzt hier Blöcke bauen. Kannst du mir mal kurz die Mitte markieren? von dem Ganzen hier mache ich, ich sammle gerade noch die Sepplings ein und tue sie in die Kiste so, jetzt haben wir fast zwei Stacks ähm mit wahrscheinlich, ähm links eine Koppel äh, kannst du auch mit Fackeln markieren, ja, markierst gleich mit Koppel gleich komm runter, Moment komm runter, Junge he 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 nein, mein Spitzack ist gleich kaputt jo was die Mitte Moment, wir haben 11x11 Feld, gell ja das heißt, wir haben keine 2x2 Meter, oder? ne mach mal, 3x3 Meter wird halt ein bisschen größer, wenn man genug Koppel äh, damit hier ein 3x3 Feld halt, weißt du also hier in der Mitte ich müsste, äh, in Skype mich auch beschäftigt äh, so äh schaue mich gerne neue Spitzer und es warst ja willst du dann hier so hast du in der Mitte 3x3 Feld markiert also weißt du was ich meine oh, Essen ja, Zombie-Fleisch, ja damit lol zeig wie das aussieht Penis was? Penis so, ist das jetzt genau in der Mitte? 4, 4, 4, 4, ja genau so, lass das mal in der Mitte hier abbauen kannst du schon mal hochschwimmen übrigens mit Kobbel hast du Kobbel dabei? ja, ein Stack das ist klar ich hab noch ein bisschen mehr dabei so, warte, ich sag dir dann gleich wie wir bauen müssen, ok? ja hol doch mal ja, hol doch ein bisschen brauch nämlich sehr viel wo ist das 3x3 Feld? hier das heißt hier drumherum noch eins, hier, hier, hier hier du hast fast so viel Sticks, ähm gekraftet wie, ähm wie Paul, oder? in den 2 Folgen ich hab mehr, glaube ich sogar so, der fail Paul war einfach so langsam warte, das hier dürfte jetzt auch genau die Mitte sein, oder? ähm, ja alles klar so, dann muss das hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute, es ist aber ein Squid gespawnt 5, 6, 7, 8, 9 ein Squid ist eben gespawnt mitten im Wasser so, hier, 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 hier hier, 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 hier oh, nein, es wird noch bring, fackeln, bring, schnell, fackeln, bring, schnell, fackeln, bring, schnell, fackeln fackeln nicht lange bring, fackeln sonst, wenn ich, werden wir hier sowas von verrecken, weil einfach alles warnt was Koppelfarm für umsonst hast Fackeln geholt? ja ja, warte, ich lass dich hoch 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so so, leucht mal bitte hier kurz aus Dankeschön auf dem Dach, denk ich, ich spawn die jetzt gleich, ne? ein Dach? ich geh wieder runter und plant das so, ne, die spawnen da nicht nö, nö man weiß nicht also du baust das hier jetzt, also, das hier muss jetzt 5 breit, also so, ne? und insgesamt 9 nach hinten und dann eins nach oben, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann eins nach oben, so, mach das mal auf allen 5 dann also, also wie, wie lang das hier so lang wie das jetzt ist, das soll es jetzt einfach weiterführen, so ah, ok das wird nämlich jetzt, das wird sozusagen der Auffangbehälter für die Zombies, wo da an das Wasser rein kommt 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hoch guck aber, dass wirklich auch unten drunter kobbel ist, damit kein Licht durchkommt so, hast du hier drunter kobbel gesetzt? ja, müsste eigentlich ok, gut kommt er, äh, trotzdem durch äh, ne, wenn drunter kein kobbel ist, wird es durchkommen wahrscheinlich also zumindest gab es früher, die sind nicht wachsen ich will es nicht drauf ankommen, dass ich meine, wir haben ja jetzt genug kobbel ne? ja so, bau hier, noch hin und da da kommt keiner hin ja, da hast du stell gesetzt so jetzt musst du das Wasser wieder nehmen wahrscheinlich, ne? ne, jetzt wollen wir weiter ich glaube, bei mir hängt es gerade so, jetzt jetzt müssen wir das hier ausfüllen einfach hier dazwischen ausfüllen ganz, also die ganzen neuen, äh, die ganzen neuen Länge dafür brauchen wir halt das meiste Kobbel und halt für die Decke, weil da nochmal genau dasselbe hinkommt, nur ohne diese, ähm, Dinger nach unten jetzt hab ich wieder 5,5,5, was ist da los? jetzt war doch schon wieder voll oder was? ich kann kotzen ah, jetzt hat es sich wieder beruhigt, oh mein Gott da fängt es wieder an alter es beruhigt sich macht es nur für 5 Sekunden, weißt du? ja dann einfach nicht mehr sorry doch für Leute übrigens, weil baum weil mein PC will nicht keine externe Festplatte und so hm und Thomas ist zu inkompetent, um sich Raps zu holen ja, meiner wird's schaffen ne, deiner wird's auch nicht schaffen, wenn er voll ist aufzunehmen ja, das stimmt selbst deiner nicht im jetzigen Zustand ja also ich hab's ja jetzt noch nicht aber ich würd sagen, sowieso die Folge ist rum und wir sehen uns da in der nächsten Folge wieder, wo wir dann die Monsterfalle wahrscheinlich fast fertig stellen werden bis dahin, tschüss mit dem